Was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Schweiz denkst? Woran ich aber nicht denke, ist das hier. Denn was die wenigsten in Deutschland wissen, Schusswaffen gehören genauso zur Schweiz. Zwei bis drei Millionen davon gibt es im Privatbesitz und das bei nur 8,5 Millionen Einwohnern. Amokläufe in Schießereien gibt es aber fast nie. Ist die Schweiz also ein Waffenparadies? Wir wollen es herausfinden. Die Recherche führt uns zunächst in die Schweizer Provinz. Wir treffen Alois, der uns seine Waffen zeigt und offen darüber spricht. Die Waffen, die ich habe, die eine ist meine persönliche Armeewaffe gewesen und die zweite Waffe... Um ihn zu schützen, machen wir ihn unkenntlich. Denn nicht alles, was sie dann zeigt, ist legal. Das ist eine gemietete Waffe, oder? Das Problem ist eben, man müsste sie in einem eigenen Waffenschrank haben. Das ist ein halbautomatisches Sturmgewehr. Das ist ein halbautomatisches Sturmgewehr. Die kann ich hier umstellen. Wenn ich da die Platte umstelle, dann kann ich die Waffe, jetzt kann ich sie nur auf normale Einzelfeuer stellen. Wenn ich sie umstelle, dann kann ich auf drei Salben oder auf Schnellfeuer gehen. Und Schnellfeuer ist vollautomatisch? Vollautomatisch, ja. Oh, wow. Das sind dann diese 600 Schuss pro Minute, die lausgehen würden. Aber das ist nicht normal, oder, mit vollautomatischem Schuss schiessen? Also das ist jetzt nicht in einer Art wie so... Nein, nein. Es ist generell verboten. Ich kann das aber selber machen. Also das ist bei der Armeewaffe, ist das die Möglichkeit, das so umzustellen. So, und jetzt ist sie umgestellt. Die Gesicherte sind, kein Magazin da, keine Kugeln da. Ja, das ist schon ein gutes Gewicht, man merkt sich schon. Man siehst auf der ganzen Welt nirgends, dass ein Soldat seine Schusswaffe nicht mit nach Hause kriegt, oder? Gibt's so, oder? Gibt's nirgends, das ist nur für uns so. Alois betont immer wieder, wie verantwortungsvoll die Schweizer mit ihren Schusswaffen umgehen würden. Gleichzeitig gibt ihr offen zu, wie leicht es sei, Gesetze zu brechen. Viele haben gewählt, aber keine Munition, das ist so. Aber wäre das ein Problem, sich quasi heimlich vom Schützenverein da Munition zu holen? Wird das auffallen? Wenn ich's drauf anlege, fällt's niemand auf. Dann nehm ich vier, fünf Schuss, bezahle, ich sag mal, dann bezahle ich halt Übungsmunition und nehm die in den Sack und schiesse nicht alle und nehm die mit nach Hause. Früher hat jeder, der vom Militär eine Waffe gehabt hat, der hat dann sein Dienstbüchlein gehabt und da wurde die Waffe eingetragen und die Armee hatte eigentlich die Register, wo sie genau sagen konnten, der und der hat die Waffe noch, oder? Ist aber auch da, sind Unfälle passiert, wo diese Register verschwunden sind teilweise, nicht mehr nachvollziehbar gewesen ist, wo die Waffen sind. Und darum gibt es in der Schweiz natürlich sehr viele Waffen, die nicht mehr registriert sind, das ist so. Ist eine Tatsache, dass man in der Schweiz wahrscheinlich noch relativ einfach zu Waffen kommt, wenn man's drauf abgesehen hat. Vielleicht gibt es ja auch deshalb im Verhältnis viermal so viele Schusswaffentote wie in Deutschland. Die meisten davon Suizide. Doch erstmal wollen wir dem Faible für die Waffen auf den Grund gehen. Dafür fahren wir nach Zürich. Um zu verstehen, warum es in der Schweiz so viele Schusswaffen gibt, muss man die Rolle der Armee beachten. Denn jeder Wehrpflichtige darf sein halbautomatisches Sturmgewehr mit nach Hause nehmen und dort lagern. Das hat historische Gründe, wurde aber bis heute nicht geändert. Über diese Gründe sprechen wir jetzt mit Rudolf Jaun. Er ist einer der führenden Militärhistoriker des Landes. Die Schweiz wurde ja auch von napoleonischen Truppen eingenommen, war besetzt. Und das hat dann schon zu einem starken Nationalismus, Patriotismus geführt in der Schweiz mit dem Gedanken, wieder eine Armee aufzubauen. Aber dort beginnt das eben, dass man hier beginnt, die Bürger, die was sein wollen, zu bewaffnen und im 19. Jahrhundert möglichst flächendeckend. Und was wichtig ist, dass der einzelne Wehrmann ein persönliches Verhältnis hat zu seinem Gewehr, dass er weiss, wie das tickt, wie das schiesst. Wir haben ein historisches Vorbild, das war ein Mythos, den Wilhelm Tell. Der Schweizer Soldat wollte man im 19. Jahrhundert zu einem Scharfschützen machen. Nicht einfach jemand, der in Reih und Glied steht und knallt. Und so entstand der Mythos des wehrhaften Schweizer Bürgers, der sich über die Jahre manifestiert hat. Ich meine, wir sind jetzt nun wirklich seit 1847 ohne Kriege. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Vor allem zu Deutschland. Zwei Weltkriege hätten dazu geführt, dass Militarismus abgelehnt wird. Anders als in der Schweiz. Man konnte ja dann das Gewehr behalten, nachdem man nicht mehr eingeteilt war. Das hat dann dazu geführt, dass sehr viele Witwen hatten dann plötzlich Gewehr im Keller, im Estrich. Und was ist jetzt? Diese Zahl von Millionen Gewehren rührt dahin natürlich auch, das kommt von dort. Ich habe noch das Gewehr von meinem Grossvater vom Ersten Weltkrieg. Einfach so. Was die Schweizer Identität betrifft, misst Professor Jaun den Schusswaffen eine große Bedeutung zu. Allerdings sieht er schon auch kritisch und sieht auch die Probleme, die damit einhergehen. Aber darüber will ich jetzt mit Vertretern von Engie ausreden. Ich bin jetzt mit Lewin verabredet von der XOA, von der Gruppe Schweiz ohne Armee. Mich interessiert vor allem, warum er für eine Abschaffung der Armee ist, warum er Schusswaffen für so gefährlich hält. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Die XOA ist eine der grössten NGOs des Landes und setzt sich seit 1982 für schärfere Waffengesetze ein. Ich denke, strengere Waffengesetze in der Schweiz hätten vor allem eine Folge. Und zwar, dass Suizide vielleicht nicht mehr ganz so häufig stattfinden wie heutzutage. Weil die Schweiz hat eine der höchsten Suizidraten weltweit. Es geht bei dem Thema Waffengewalt nicht nur um ausgeübte Taten, sondern es geht auch um die Genderperspektive. Das Gefühl einer möglichen Bedrohung und dass in einem Streit das passieren könnte als allerletzte Tat, wenn natürlich eben im Wandschrank eine Schusswaffe steht. Es ist heutzutage immer noch so, dass die Behörden nicht genau wissen, wie viele Schusswaffen es gibt. Es sind nicht alle Schusswaffen registriert. Also es gab ja in Deutschland eben diese NSU-Morzerie, bei der auch eine Schusswaffe aus der Schweiz verwendet wurde. Die hat natürlich sehr viele Wege genommen, aber trotzdem, die Waffe stammt ursprünglich aus der Schweiz. Was Lewin bekämpft, will Ines Kessler verteidigen. Sie ist Büchsmacherin und war Kopf der Gegenbewegung des letzten Referendums 2019. Ich habe mich da halt sehr gegen die Verschärfung vom Waffenrecht eingesetzt und habe mich dann anfangs auf Facebook engagiert. Und irgendwie ist dann von der einen Zeitung zur nächsten sind die Leute auf das aufmerksam geworden. Und sobald halt dieses Referendum dann wirklich auch in Gange war, war ich plötzlich sehr ins Zentrum gerutscht, eigentlich ohne dass ich das ursprünglich erwartet hätte. Trotz der großen Aufmerksamkeit wurden die Waffengesetze verschärft. Ines fürchtet nun um ihren Job und die Waffenkultur. Ich bin stolz auf mein Handwerk. Ich finde, manchmal kann man auch seinem Land seine Kultur lassen. Es gibt eine Art Schusswaffenbesitz in der Schweiz und der nimmt zu in den letzten Jahren, der überhaupt nichts mit Schweizer Kultur zu tun hat. Oder mit kulturellen Fragen, sondern eher mit Angst, Unsicherheit und irgendwelchen Netflix-Serien. Da geht es nicht mehr um eine kollektive Verteidigung, sondern es geht um eine individuelle Verteidigung. Und ich nehme an, wenn man dieser Verfügbarkeit von Schusswaffen keinen Einhalt gebietet, dann ist halt das Risiko, dass es vielleicht auch mal einen Amoklauf oder sonstige Gewalttaten gibt mit Schusswaffen oder mehr Gewalttaten, wird höher. Je militarisiert eine Gesellschaft ist, desto höher ist dieses Risiko, dass es Schusswaffentote gibt. Waffen hatte ich das erste Mal genug gesehen. Gefühlt hat jeder zweite Schweizer ein Sturmgewehr zu Hause. Für mich wirkt das befremdlich. Doch Schusswaffen haben dort eben eine andere Bedeutung, auch wenn die Waffenkultur mehr und mehr an Relevanz verliert. Für mich jedenfalls steht fest, die Schweiz ist vielleicht eine Tour, aber sicherlich kein Waffenparadies. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.